Moin Moin liebe Hamburger. Schöne Grüße aus Roland Geroß. Ich bin sehr happy euch verkünden zu können, dass ich dieses Jahr wieder nach Hamburg komme. Ja, ich freue mich mega aufs Turnier. In Hamburg habe ich mein erstes ATP gespielt, erste Quali. Ich komme immer wieder gerne nach Hamburg. Ich liebe die Stadt einfach. Wunderschön, war auch schon mal für ein paar Tage im Urlaub dort und spiele sehr gerne in Deutschland beim Turnier. Bin auch sehr gespannt, wie das neue Dach wird. Ich freue mich einfach mega teilnehmen zu können und wir sehen uns dann.